Energie aus Kohle, Öl und Erdgas ist alternativlos, denkt heute keiner mehr. Denn erneuerbare Energien sind längst hier, um zu bleiben. Die UN-Klimakonferenz einigte sich 2015 auf das globale Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Mit dem Green Deal will Europa bis 2050 klimaneutral werden. Und bis zum Jahr 2030 soll alleine in Deutschland der Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor auf 65 Prozent steigen. Die Nachfrage nach erneuerbarem Strom steigt weltweit rasant an und das gesellschaftliche Bestreben zur Treibhausgasreduktion schafft hervorragende Perspektiven für die Technologien des Energieanlagenbaus. Durch kontinuierliche Dynamik und Innovationskraft über mehr als 20 Jahre hinweg sind Erzeugungstechnologien für erneuerbaren Strom inzwischen wettbewerbsfähig. Strom aus Windenergie, Kraft-Wärme-Kopplung, Bioenergie, Wasserkraft und Solarenergie ergänzt durch den Einsatz erneuerbarer Gase- und Speichertechnologien ist kein grünes Gedankenspiel mehr, sondern wirtschaftlich sinnvoll, unbegrenzt vorhanden und jederzeit verfügbar. Strom stellt heute nur einen kleinen Teil des Energiebedarfs dar. Doch immer mehr Anwendungen können mit Strom klimafreundlich gestaltet werden. Power-to-X Technologien ermöglichen Sektorkopplung, damit uns grüner Strom von A nach B bringt, unsere Wohnungen beheizt und zur Basis für eine nachhaltige Industrie wird. Nach wie vor bestehen erhebliche Potenziale für Kostensenkung und Flexibilisierung des Energiesystems sowie für Weiterentwicklung von Energieeffizienztechnologien, Netzausbau und Optimierung der Bestandsnetze. Der Energieanlagenbau bietet innovative Technologien und Lösungen für die Energiewende. Für eine nachhaltige Zukunft.